Servus, deiner oder andere kennt mich auf TikTok, ich heiße auch genauso wie hier, auf YouTube ich jetzt wieder anfangen werde, auf Live with Black halt. Und ja, ich probiere jetzt wieder Videos rauszubringen, vor allem auf TikTok halt, aber momentan eher, also nicht auf YouTube, weil ich hab momentan noch keine Sachen, die ich hier hochladen kann. Wenn ich dann im Stadion bin und Videos mache, mache ich wahrscheinlich Stadionvlogs und vielleicht werde ich ja mal so wie Vizcabasa, nein Spaß beiseite. Ja, ich will jetzt niemanden irgendwie ähneln oder so, wie gesagt, ich fange an, vielleicht mit Videos, aber ganz langwarm erstmal. Ich mache jetzt, ja, ich schaue einfach mal, aber das war auf jeden Fall mein neues erstes Video auf diesem Kanal, folgt gerne rein, lasst ein Like da und, oder lasst ein Abo da, liked gerne und ja, da würdet ihr mich riesig gerne, würdet ihr mir eine riesige Freude machen, meine ich. Haut rein, man sieht sich, bis dahin, Servus und checkt auch gerne meinen TikTok-Kanal ab, da heiße ich genauso wie hier. Und, ja, da sind schon ein paar Videos rausgekommen, aber halt nur für TikTok. Das war's heute von mir, dieses 1-Minuten-Video, hehe, und wie gesagt, ihr wisst, der FCN bleibt lebenslang und ich verabschiede mich jetzt wie hier auf TikTok immer. Bis dahin, ein fränkisches Servus.